Weiter geht's, Jansel, willkommen zurück zu Farquand 3 und 4. Ja, wir räumen hier gerade so ein bisschen das Gefängnis auf, ne. Zeigen den Schnittchen mal so, wo es lang geht, um hier Lisa zu befreien. Heilige Scheiße? Warum? Alter, wie viele Wachen sind denn hier? Wegen einer Gefangenen oder was? Okay, die werden ja im Gefängnis wohl nicht nur eine Gefangene haben. Die Gegner sind ja auch schon größtenteils, also viele sind auch schon gepanzert, das ist voll krass. Okay, das können wir nicht mitnehmen. Da liegen so voll viele Sachen rum immer. Granaten haben wir leider gerade mal keine, aber einen Molotov-Cocktail haben wir noch. So, hier haben wir nochmal 10 Dollar, aber dann laden wir hier nochmal nach. Das LMG. Na, ich glaube, in das werde ich mir auch so ein bisschen verlieben. Das ist auch ziemlich geil. Halt die Fresse. Also, nicht, äh, Jason, sondern Der Bastardo, der da vor uns stand. Haben wir jetzt eigentlich schon einen großen Rucksack? Ne, ne? Ach, 48. Oh, lol, unser Rucksack ist bald voll. Äh, Herstellung, was brauchen wir denn für einen großen Rucksack? E-Dingo-Fell. Na, okay. Oh, guck mal, hier ist noch ein bisschen Geld. Ist hier sonst noch was? Nö. Ach, lol, falsche Richtung. Wollte gerade sagen, warum sind die alle tot? Pfff, war gerade ein bisschen verwirrt. Wann habe ich die schon angeblendet? Ja, da blinken bloß die Waffen. Können wir hier eigentlich mal speichern? Geht das? Okay. Dann wollen wir mal hier rein. Ein Relikt. Mensch. Geile Sache. Ist nur ein Video. Sie ist nicht hier. Bitte. Nein. Ich will, dass du sagst Mom, Dad. Mom. Dad. Ich liebe euch. Mom. Dad. Ich will in Hause. Es war sehr schön. Und jetzt mach es nochmal. Nein. Mit mehr Emotionen. Du kommst das doch an Ihnen los. Was ist das für kranke Scheiße hier? Alter, lol. Die Brody-Jungs haben gerade den Punktkrieg. Ich will hier einen Film, okay? Du musst echt abhauen, Himmel. Die verdammten Idiotenschwestern sind alte. Du bist echt so fluch. Wir sind schon. In Gesellschaft. Du bist da. Nicht tief. Viel Glück. Siehste, was du getan hast? Du hast meine Frau spüle dich nicht aufgehört. Sei mal ruhiger hier. Dein Hüls. Ich fahre hier. Verschwende. Alter Verdammt. Ich möchte mich hier wirklich für mein Volk entschuldigen, okay? Der Typ ist ein riesen Arschloch. Wir gewinnen einen Oscar dafür, okay? Drehen gut noch weiter. Okay. Jetzt geht wieder von vorne los. Krasse Scheiße. Was? Wo bist du? Oh, lol. Lol. Wo kommt der denn her? Shit. Ich will nicht zu was. Also doch, eigentlich schon. Der Typ ist geil. Oh nein, das gibt es jetzt nicht wirklich. Wer hat dich tätowiert? Ich will wissen, wer das gemacht hat. Hm? Sie drei vielleicht? Meine Schwester, diese Ratte? Hm? Jetzt bist du einer von uns? Denkst du, du bist jetzt wie ich? Hm? Der Kalifornier-Boy ist geil auf das... das Dschungelfieber. Meine Schwester kriegt... ...eine Kugel durch... ...hier'n Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Fick dich! Du bist sauer, Jason. Du bist sauer. Okay? Versteh' ich. Versteh' ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir denn? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich hab sogar getötet für meine Schwester. Aber das hat dir nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Die bringen Dinger, das hättest du nie gedacht. Jedes verdammte Mal! Dann sagen sie zu mir... Was? Was? Wer verfickt doch mal, ist dir wichtiger? Die oder ich! Ich oder die! Als ob... Echt, als ob... Die denken, dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch... ...so schön gepasst. Wirklich zu blöd, dass Cidra dich tätowiert hat. Jetzt reicht es nicht, dich zu töten. Man muss dich auslöschen. ist okay nicht weinen ist schon okay Jason ich schwöre bei Gott man es ist wunderbar dass du bereit bist für deine Liebste zu sterben das ist gar nicht gut okay krass wir haben uns Waffen wieder kommen wir doch so Leute da sind wir wieder keine Ahnung was das eben war da hat sich einfach mal ja Odazity verabschiedet oh lol das war Fail lol überall Feuer wo muss ich denn hin ja da hat sich Odazity einfach mal verabschiedet und dadurch auch die Aufnahme aber okay keine Ahnung warum so jetzt müssen wir mal schauen wo müssen wir denn lang so wir müssen hier hoch wir müssen auf jeden Fall auch hier durch ich muss auf die Rohre schießen tue ich doch tue ich doch achso da auf die Rohre lol toll so jetzt komme ich auch hier durch das Feuer ist überall okay jetzt hier hoch oh man ey das ist ja hier wieder was und jetzt muss ich anscheinend hier rüber auf keinen Fall da lang auf keinen Fall da lang hoch da hoch da hoch da hoch da hoch da meine Fresse äh lol jetzt bin ich tot scheiße hä wo soll ich denn jetzt hin ach scheiße jetzt muss ich nochmal anfangen manchmal stechen wir auch irgendwie ein Bob ey ne und in Stresssituationen das kann ich immer gar nicht so auf Zeitdruck ok ok noch einmal das kann doch nicht so schwer sein oder so jetzt komme ich hier durch so hier mal einmal mich löschen und einmal heilen bitte danke jetzt einmal hier hoch hoch da hoch lauf jetzt müssen wir hier rüber ah lol shit 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 ok das war jetzt wieder Fail lauf Jason noch aber ob wir das jetzt noch schaffen hauptsache ich fall erstmal runter ey mann Zeto so so jetzt müssen wir hier hoch ja das können wir ja schon so und hier nach wo müssen wir jetzt hin hm komm ich an der Seite lang komm ich an der Seite lang oh lololololol sterben gleich muss ich denn lang ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht so genau wohin soll wo kann ich denn hier weiter hallo Leute wo kann ich denn hier lang kann mir mal irgendjemand sagen wo ich hier lang soll komm ich nicht weiter ich bin überfragt äh hier komm ich nicht lang hier komm ich nicht lang hier komm ich nicht lang ne jetzt verbrenne ich auch hä ich versteh nicht wie ich jetzt hier weiterkomme tut mir leid hä ich seh keinen Weg ok also der Punkt zeigt ich weiß nicht wie ich dann kommen soll ich hab eben keinen Weg gesehen ja ich versuch dir ja zu helfen aber was soll ich denn machen wenn ich keinen Weg sehe was soll ich denn da machen ok hier ist klar hier ist auch klar so jetzt können wir hier durch so jetzt können wir hier hoch ach man warum brenne ich denn immer so jetzt hier hoch Jason los lauf 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 Jason so so jetzt sind wir hier oben jetzt hier auf das Brett drauf und jetzt hier rüber ich steh die Tür ich komme so jetzt hier an der Seite lang und dann sind wir wieder da wie komm ich denn da weiter verdammt ich seh da verdammt nochmal keinen Weg ich seh da verdammt nochmal keinen Weg nicht da lang auf keinen Fall da lang ich mein der kann ja auch nicht da drüben ran springen oder so ach da oben ah lol ok das schon mal hier danke jetzt kommen wir hier lang ich halte die Hitze nicht länger auf ah ok also ich sollte auch auch schon halten nach solchen Löschdingern ja ok darauf das seh ich immer nicht gleich lol jetzt bin ich wieder tot shit ey manchmal stell ich mich aber auch an ey ja tut mir leid Stresssituationen sind echt nicht meins ah kacke ich mach mir immer Stress dass ich es nicht schaffe weil ich nicht weiß wie viel danach noch kommt ne oh nein das Gebäude schafft recht alt ich muss auf die Rohre schießen das Feuer ist überall so hier hoch Jason ok das kennen wir nun schon dann auf das Brett so jetzt hier durch meine Fresse ey vor allem wenn immer alles so brennt dann seh ich immer noch weniger ey weil man doch so überall so sterben kann und so wir schaffen das noch wir schaffen das ich sag's euch irgendwann irgendwie vor allem die Kamera zeigt ja schon fast genau das Ding drauf ey dass ich das nicht gleich gesehen habe so so jetzt hier an der Seite lang so jetzt hier über den Balken ja klettern hoch da ok da ist er ok da ist er ok da ist er ok wir haben Oliver wir haben Oliver ey wir können jetzt nichts für ihn tun dann los mir nach ich hab ne Idee äh du hast ne Idee ach ja nämlich ok oh nein das kann ich nicht das ist der einzige Weg runter komm schon los Lisa oh mein Gott holt euch das Fahrzeug holt euch das Fahrzeug Lisa du fährst da muss ich jetzt schießen wa ich muss schießen bestimmt er springt nicht an er springt nicht an er springt nicht an los jetzt gib mir ne Waffe ok ha 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 cogname geil Granatwerfer haha haben wir geile Sache ... coole Sache oh den habe ich getroffen so nachladen und endlich Granaten ja so muss das sein so komm mal hier ich mach euch zu Pulver Ich schieße immer daneben. Ich soll ruhig bleiben, wenn der auf mich schießt? Ja. Hände auf 10 vor 2. 10 vor 2. Dann fahr du doch. Okay, haben wir. Schnell nachladen, schnell nachladen. So, wo sind die nächsten Schnitt? Ist los. Kommt her. Okay, der Garnatwärm ist echt fett, muss man sagen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schneller, schneller. Keine Straße, geht nicht. Sag mir, die Bullen. Oh my girl. Darf ich den behalten? Die Show ist der Motor aus. Nein, abgesoffen. Nicht gut. Dreh den Schlüssel. Tritt auf die Kupplung. Ich, welches Pedal ist das? Lisa. Tritt auf die Kupplung, welches Pedal? Jason, vor uns. Jason, vor uns. Alles klar, ich hab's jetzt. Los, los, los. Ha, 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 ha. Charpentine, Charpentine. Was? Oh, oh, es muss mich heilen. Ich kann nicht überall. Warum kann ich mir gerade Nachtwerfer nicht wieder haben? Wir hängen sie ab. Ich muss gleich kotzen. Schneller, schneller. Jetzt nicht, Lisa. Geil. Diese Pisser haben gar nicht gemerkt, was passiert. Ja, mal fette Sache. Yo. Ha, ha, ha. Hältst du fast drauf gehen oder als Sklave verkauft werden für witzig? Alicia, beruhige dich. Es ist ein Eintraub. Okay, hör zu, ich mach das schon. Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Sie sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht. Bin ich sicher bei Keith und Daisy. Was ist mit Riley? Ich weiß nichts von Riley oder Grant. Grant ist tot. Scheiße, das tut mir so leid. Aber ich hab Daisy gefunden. Ich werd auch die anderen finden. Wo ist sie? In Sicherheit. Na, Los, ich bring dich hin. Meine Fresse. Worst date ever. Ah, ja. Aber der Granatwerfer ist fettig. Vielleicht lege ich mir den auch mal zu. Obwohl er vielleicht gegen einzelne Gegner nicht so krass ist. Okay, gut. Aber das nehmen wir dann erst im nächsten Part. Das war ja, ich hab mal viel Action richtig geil gemacht. Also, und wir haben was mal wieder gesehen. Aber fett. Okay, und Lisa ist bei uns. Natürlich, das ist auch geil. So, die Fähigkeitspunkte schauen wir uns auch das nächste Mal an. Ob wir da wieder ein bisschen mehr was freigeschaltet haben. Wäre ja eine geile Sache. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis morgen um 15 Uhr. Schönen Tag noch. Tschöho. Tschöho.